Hallo, ich bin Carsten im Münster und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Da vorne stand ein Schild, Naturwaldparzelle, bitte auf den Wegen bleiben. Hier ist eine Gefahr von herabstürzenden Ästen. Das sieht hier auch so aus, als würden Bäume, die hier umstürzen, liegen gelassen zum Verrotten. Und dafür soll man dann auf den Wegen bleiben, kein Problem. Hallo nochmal, ich bin heute, wie gesagt, in der Gegend von Münster unterwegs, ziemlich genau in der Gegend um Münster Wohlbeck. Ich weiß nicht wirklich, was mich heute hier erwartet. Lasst mich da überraschen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne dabei sein. Kommt mit! Oh, da hat mir wohl einer am Baum den Weg gelegt. Mal gucken, wo ich da vorbeikomme. Mal gucken, wo ich da vorbeikomme. Ja, scheinbar habe ich heute den Dach der ungestürzten Bäume erwischt. Musik Untertitelung. BR 2018 Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich heute vorm Bregen verschont bleibe. Leider nicht passiert. Und das letzte Stück der Strecke ging jetzt durch bewohntes Gebiet. Und darum mache ich jetzt die Verabschiedung am Auto. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.